Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video zu die Siedler Online. Beim letzten Event wurde ich von einigen Mitspielern angeschrieben, die wissen wollten, wie ich meine Entdecker skille für Events. Das Thema nehme ich sehr gerne auf und erweitere es noch ein wenig darum, in welcher Reihenfolge man die Entdecker meiner Meinung nach skillen sollte und anschließend gehe ich noch darauf ein, woher man die ganzen Bücher dafür bekommt. Letzteres wird vermutlich unvollständig sein, aber ein paar Tipps kann ich euch schon geben, meine Hauptquellen nennen. Ich selbst habe noch lange nicht alle Entdecker geskillt, aber versuche dies nach und nach zu erreichen. Insgesamt habe ich aktuell etwa ein Drittel meiner Entdecker geskillt. Dabei habe ich eine einfache Standardskillung für Events, die fast jeder Entdecker bekommt, mit wenigen Ausnahmen. Zu den Ausnahmen gehört jeweils ein Entdecker mit raffinierter Plünderer und gewiefter Unterhändler. Dabei empfehle ich für den raffinierten Plünderer, eine kühne Entdeckerin zu nehmen. Diese findet bei Abenteuersuchen immer mehr Belohnungen. Durch den raffinierten Plünderer gibt es dann Bonusquests für einzelne Abenteuer. Das kann sich auf die Dauer durchaus lohnen. Beim gewieften Unterhändler ist es eigentlich egal, welchen Entdecker ihr nehmt. Das Talent bringt ab und zu kleine Quests, womit ihr noch einige Belohnungen abstauben könnt. Recht gut eignet sich hierbei der wilde Entdecker. Er ist etwas schneller unterwegs, bringt aber verglichen mit anderen Entdeckern weniger Ressourcen mit. Dann ist der Verlust in Events durch den Skillpunkt, den ihr dafür benötigt, nicht ganz so groß. Dazu aber gleich noch mehr. Meine Standardskillung beinhaltet eine recht einfache Philosophie. Ich nehme die Talente, die Schatzsuchen schneller machen und mehr Beute bringen. Das bedeutet ganz konkret die Skillung, die ihr hier sehen könnt. Zunächst einmal skille ich Bergsteigerstiefel ganz unten rechts. Damit sind alle Schatzsuchen um 9% schon mal schneller. Das ist eines der wichtigsten Talente und direkt erreichbar. Auch wenn ihr noch nicht die Entdecker vollskillen wollt, nutzt die drei Manuskripte für dieses Talent bei jedem Entdecker. Als nächstes skille ich, ebenfalls in der untersten Reihe und links daneben, die Pilgerschaft um lange Schatzsuchen, um zusätzlich 15% zu verkürzen. Gleiches gilt, wie ihr sehen könnt, auch in der zweiten Reihe für das verlängerte Wochenende. Damit sind mittlere Schatzsuchen verkürzt. Bei meiner Skillung habe ich nur noch drei Punkte offen, die ihr verteilen könnt, wie ihr wollt. Ich setze sie fast immer in abseitige Pfade, um etwas mehr Titan zu bekommen. Das ist für mich von den vorhandenen Möglichkeiten am wertvollsten. In der dritten Reihe ist dann mit der robusten Schaufel eines der wichtigsten Skillziele erreicht. 9% mehr Beute auf allen Schatzsuchen, und das betrifft eben auch Event-Ressourcen, um die es mir mit der Skillung ja primär geht. In der vierten Reihe skille ich dann das Forschungssemester aus, um die sehr langen Schatzsuchen um 15% zu verkürzen. Weitaus wichtiger ist Pfadfinder, womit ihr alle Suchen um 15% reduzieren könnt. Bei zwei Arten von Entdeckern skille ich noch ein wenig anders. Das hängt damit zusammen, dass bei diesen beiden Entdeckern nur bei bestimmten Suchen mehr gefunden wird. Zum einen ist das der bescheidene Entdecker, der auf kurzen und mittleren Schatzsuchen die sechsfache Menge findet. Ihr seht seine Skillung hier. Es macht einfach wenig Sinn, die lange und sehr lange Suche zu verkürzen, da er beides in Events nicht machen sollte. Stattdessen habe ich ihm in der ersten Reihe Abkürzungen gegeben und den Beutewagen in der dritten Reihe, um noch ein wenig mehr Granit zu bekommen. Auch die Skillpunkte bei den abseitigen Pfaden sind beigeblieben, damit er außerhalb von Events ein wenig mehr Titan mitbringt. Denn da sende ich ihn immer möglichst lange weg. Der zweite Entdecker, den ich etwas anders skille, ist der romantische Entdecker. Er findet ab langen Schatzsuchen die zwölffache Menge. Daher lohnt es sich nicht, bei ihm die mittlere Suche zu verkürzen. Stattdessen habe ich die drei Skillpunkte in Kahlschlag gesetzt und bekomme so noch etwas mehr Edelholz. Ansonsten ist er genauso geskillt wie meine Standardskillung. Kommen wir nun zu der Reihenfolge, mit der ich meine Entdecker skille. Die Reihenfolge ergibt sich bei mir aus der Geschwindigkeit der Entdecker und der Beute, die diese in Events mitbringen in Form von Event-Ressourcen. Ich habe ganz simpel beides miteinander multipliziert und so eine Reihenfolge herauskristallisiert, welcher Entdecker in Events die meisten Event-Ressourcen mitbringt. Dazu kommt noch die Betrachtung von weiteren Spezialfähigkeiten, zu denen ich gleich noch komme. Das Ganze gilt natürlich nur, wenn man die Entdecker auch wegschickt, so oft es geht. Lange Pausen sollten sie im Event nicht haben und es lässt sich auch kaum einrechnen. Der mit Abstand beste Entdecker in Events ist aktuell der Schnee-Entdecker. Er ist doppelt so schnell wie der normale Entdecker und bringt vierfache Menge an Event-Ressourcen mit. Es gibt oder vielmehr gab ihn wenig überraschend beim Winter-Event. Ich kann nur empfehlen, jedes Mal, wenn es ihn gibt, sich einen zu holen. Noch eine ganz kurze Anmerkung von der Bearbeitung des Videos. Ich werde ganz am Ende vom Video noch eine Liste mit der aus meiner Sicht sinnvollsten Reihenfolge für die Skillung aller Entdecker posten. Den zweiten Platz teilen sich die abenteuerliche Entdeckerin und die empathische Entdeckerin. Die abenteuerliche Entdeckerin ist von allen Entdeckern am schnellsten und hat, verglichen mit dem normalen Entdecker, eine viermal so hohe Geschwindigkeit. Zudem bringt sie noch 50% mehr Beute mit. In Events schicke ich sie normalerweise zweimal am Tag auf ausgedehnte Schatzsuchen. Die empathische Entdeckerin ist nur halb so schnell verglichen mit der abenteuerlichen Entdeckerin, aber bringt dafür dreimal so viele Belohnungen bei Schatzsuchen mit. Rein rechnerisch bringen auch der bescheidene Entdecker und der romantische Entdecker die gleiche Menge an Ressourcen mit. Allerdings eben nur bei bestimmten Suchen. Daher habe ich die beiden auf den dritten Platz gesetzt. Der bescheidene Entdecker, den ich auch gerne als Käpt'n Rotbart bezeichne, hat nur die normale Geschwindigkeit, aber bringt bei kurzen und mittleren Schatzsuchen jeweils die sechsfache Menge mit. Der romantische Entdecker ist noch gemütlicher, braucht doppelt so lange wie der normale Entdecker. Auf langen, sehr langen und ausgedehnten Schatzsuchen bringt er dafür die zwölffache Menge an Belohnungen mit. Das ist der höchste Wert im gesamten Spiel für einen Entdecker. Allerdings wird meine Begeisterung für diesen hohen Wert durch die geringe Geschwindigkeit im Wortsinn ausgebremst. Dennoch mag ich ihn ganz gerne, wenn man ihn seltener wegschicken muss. Der bescheidene Entdecker kann dafür theoretisch im Event alle etwas mehr als sechs Stunden wieder losgeschickt werden, wenn man ihn effektiv nutzen will. Zumindest mit der prächtigen Freundförderung, die das Ganze noch um 20% verkürzt. Auf dem vierten Platz macht es sich die verzaubernde Entdeckerin gemütlich und kann diesen Platz alleine für sich beanspruchen. Sie bringt rein rechnerisch gleich viele Ressourcen mit, wie die Entdecker auf Platz 5. Aber sie hat eine der bereits erwähnten Spezialfähigkeiten, in dem sie immer die maximale Beute mitbringt. Dazu eine sehr kurze Erklärung. Normalerweise bringen Entdecker bei einer Schatzsuche eine zufällige Beute mit, die abhängig ist von der Dauer der Schatzsuche. Je länger, desto wertvoller ist die Beute. Dabei wird die Beute immer aus einer Tabelle ausgewählt und kann zudem eine geringere Menge oder eine höhere Menge beinhalten. In Events also beispielsweise 10 oder 15 Geschenke. Die verzaubernde Entdeckerin bringt dann immer die höhere Menge mit. Den fünften Platz teilen sich der sehr schnelle königliche Entdecker, die mütterliche Entdeckerin, der freimütige Entdecker und die mutige Entdeckerin. Alle vier bringen auf die Dauer die gleiche Menge an Event-Ressourcen mit, wobei der freimütige Entdecker und die mütterliche Entdeckerin etwas gemütlicher unterwegs sind, dafür aber mehr Ressourcen mitbringen. Der königliche Entdecker ist dafür genauso schnell wie die abenteuerliche Entdeckerin, bringt dafür aber nur einfach Ressourcen mit. Alle vier bringen rein rechnerisch etwa die Hälfte von dem mit, was ein Schneeentdecker mitbringt. Knapp dahinter befindet sich der forsche Entdecker auf Platz 6, der als einziger Entdecker eine 2,5-fache Geschwindigkeit hat. Das macht das Timing in Events etwas schwierig, da er sich ganz anders verhält als alle anderen Entdecker. Zudem bringt er noch 50% mehr Belohnungen mit. Die Hauptprotagonistin von Die Siedler 7, Prinzessin Zoe, befindet sich auch in der Reihenfolge auf Platz 7. Sie teilt sich dabei den Platz mit dem erfolgreichen Entdecker. Beide sind sehr schnell mit einer dreifachen Geschwindigkeit im Vergleich zum normalen Entdecker. Sie sind somit die zweitschnellsten Entdecker im gesamten Spiel. Dafür bringen sie aber nur einfach Beute mit. Auf dem achten Platz ist die entzückende Entdeckerin zu finden. Sie ist doppelt so schnell wie normale Entdecker, bringt dabei aber normale Beute mit. Allerdings hat sie die Spezialfähigkeit, ähnlich wie die verzaubernde Entdeckerin, und bringt immer die maximale Menge mit. Die kühne Entdeckerin, die unerschrockene Entdeckerin, der wilde Kundschafter und die wohltätige Entdeckerin befinden sich alle zusammen auf dem neunten Platz. Alle bringen, ähnlich wie die entzückende Entdeckerin, die normale Beute bei Schatzsuchen mit, sind dabei allerdings doppelt so schnell wie normale Entdecker. Den vorletzten Platz teilen sich der bereits mehrfach genannte normale Entdecker und der schreckhafte Entdecker. Der normale Entdecker ist der Standardentdecker bei D-Siedler Online. Er bringt bei normaler Geschwindigkeit auch die normale Beute mit. Der schreckhafte Entdecker ist der mit Abstand langsamste Entdecker im gesamten Spiel. Dies wiegt er aber zum einen durch die vierfache Beute auf, die er mitbringt. Zudem kann er noch sehr wertvolle Bonusbelohnungen mitbringen, wie etwa Premium-Tago oder eine prächtige Freundförderung. Ihn wird man in Events vermutlich nur alle paar Tage versenden können. Er schafft nur 25% der Geschwindigkeit eines normalen Entdeckers, ist also ganz gerne mal fast eine Woche oder auch länger unterwegs. Auf dem letzten Platz befindet sich auch einer der letzten Entdecker, der ins Spiel gekommen ist. Der Piratenentdecker ist zwar etwas schneller als der schreckhafte Entdecker und bringt dabei aber nur einfache Beute mit. Rein rechnerisch bringt er etwa ein Sechzehntel von dem mit, was ein Schneeentdecker mitbringt. Dennoch lohnt er sich ebenso wie der schreckhafte Entdecker, da er bei Schatzsuchen sehr lohnenswerte Bonusbelohnungen mitbringen kann. Um all diese Entdecker skillen zu können, braucht es viele Bücher. Je nach Menge der Entdecker sind es wirklich verdammt viele Bücher. Für jeden Entdecker sind es genau genommen 21 Bücher, die man ihm oder ihr maximal spendieren kann. Für meine Skillungen benötige ich dabei alle drei Arten der Bücher. Für jeden Entdecker brauche ich sechs Manuskripte, neun Companions und sechs Kodizes. Und es werden ja nicht nur Bücher für die Entdecker benötigt, auch und gerade die Generäle brauchen viele und auch die Geologen können deutlich gestärkt werden. Mit den beiden Sachen werde ich mich aber nochmal in einem späteren Video befassen. Für die ganzen Bücher gibt es verschiedene Quellen, die ich euch nun vorstellen werde. Mit Stufe 53 erhält man auf der Excelsior, das ist das fliegende Schiff hier vorne, bei den langen Briefen auch den sehr langen Briefschnipsel. Wenn man davon 18 beisammen hat, kann man daraus eine Quest machen. Diese Quests können als Belohnung ein Rezept zur Herstellung von Manuskripten im Raritätenlager bringen. Sobald ihr das Rezept habt und angewendet habt, findet ihr es beim Reiter Rohstoffe im Raritätenproviantlager. Es lassen sich auch theoretisch Companions und Kodizes herstellen. Das Companion kann man bei der Kampagne die böse Königungen ab Stufe 58 bei der Excelsior freischalten und den Kodex ab Stufe 63 bei zwei Unternehmungen, ebenfalls auf der Excelsior. Das ist aber beides nicht zu empfehlen, denn die Produktion kostet auch die jeweils vorherigen Bücher und ist damit schlicht zu teuer. Der Kodex kostet beispielsweise vier Companion, bei normalen Buchbinder nur drei. Ich produziere im Raritätenlager von den Büchern nur die Manuskripte. Das kostet mich 770 einfaches Papier, 620 Schreibfedern, 100 Zauberbohnen und 32 Goldmünzen. Man muss hier nicht jedes Buch einzeln einsammeln, sondern kann, wenn man genug Ressourcen hat, gleich viele hintereinander in Auftrag geben. Da meine Produktion nicht ganz ausreicht, um dauerhaft Manuskripte herzustellen, fülle ich die Lücken im Raritätenlager mit anderen Produktionen. Vor allem Stakes sind dabei hoch im Kurs. Meistens laufen aber wirklich hier die Manuskripte. Die Manuskripte aus dem Raritätenproviantlager werden dann übrigens nach der Produktion automatisch ins Sternmenü transferiert. Sie befinden sich also nicht im normalen Lager. Nicht, dass ihr euch wundert, wo die Produktion hin ist. Das trifft auch auf andere Produktionen von Büchern zu, zumindest auf die meisten. Companion sind die zweiten Bücher und von denen brauche ich auch die meisten. Hier nutze ich zum einen den normalen Buchbinder, der hier auch zu sehen ist. Leider kann dieser nicht mehrere Bücher nacheinander produzieren. Stattdessen muss man die Bücher einzeln einsammeln, in meinem Fall also das Kompendium, alle zwölf Stunden. Eine Produktion von einem Kompendium kostet mich 605 verbessertes Papier, 415 Drucktype und fünf Manuskripte. Da diese bei mir durch das Raritätenlager eine Massenproduktion sind und ich es, um ehrlich zu sein, auch oft vergesse, den Buchbinder zweimal täglich einzusammeln, ist der Verlust an Manuskripten verschmerzbar. Zum anderen nutze ich den Abenteuer Buchbinder für Kompendien und Kodizes. Vor allem für Letzteres lohnt es sich sehr. Den Abenteuer Buchbinder könnt ihr euch unter anderem beim Kaufmann im Bereich epische Gegenstände für satte 49.950 magische Bodenstangen kaufen. Der Abenteuer Buchbinder hat den Vorteil, dass die Produktion von Kompendien und Kodizes nicht die jeweiligen vorherigen Bücher kosten. Dafür kostet die Produktion Abenteuergeschichten. Das ist eine Ressource, die ihr wenig überraschend in Abenteuern bekommen könnt. Ansonsten kostet die Produktion beispielsweise vom Kodex, wie eben zu sehen war, 560 gehobenes Papier, 400 Buchbeschläge und 72 Goldmünzen zusätzlich zu den Abenteuergeschichten. Auch hier gilt, dass man mehrere Bücher gleichzeitig in Auftrag geben kann, die dann nacheinander produziert werden. Bitte produziert hier keine Manuskripte. Das ist Verschwendung von Abenteuergeschichten. Eine weitere, nicht zu unterschätzende Quelle sind die Geologen, namentlich der archäologische Geologe hier zu sehen, sowie die fleißige Geologin hier. Die fleißige Geologin braucht bei allen Suchen sechsmal so lang, kann dafür bei Suchen nach Marmor, Eisenerz, Kohle, Golderz, Titanerz, Salpeter und Granit Schätze finden. Je wertvoller die Suche ist und je länger sie dauert, desto höher ist die Chance, dass sie etwas findet. Wenn sie etwas findet, bringt sie zwei Geschenke mit aus einer Tabelle mit 39 Möglichkeiten. Und drei Möglichkeiten davon sind die drei Bücher. Die fleißige Geologin ist bei mir für Marmor und Kohlesuchen zuständig. Damit bekomme ich nahezu jeden Tag ein paar kleine Geschenke und mit einer kleinen Chance auch eines der Bücher. Oder auch mehrere. Der archäologische Geologe ist schneller unterwegs und sucht bei mir ständig nach Granit, zumindest im normalen Spiel. Damit ist er gut beschäftigt. Er hat ebenfalls die Chance, einen Schatz mitzubringen und das können zu ungefähr 1,83% laut einem Wiki eines der Bücher sein. Zudem hat er eine Chance, von je 0,37% zwei Bücher mitzubringen. Die fleißige Geologin und den archäologischen Geologen gibt es immer wieder bei Events. Eine weitere Quelle, zumindest für Manuskripte, ist der edle Buchbinder-Tribut. An der Stelle ein kurzes Danke für den Facebook-Kommentar, der mich darauf aufmerksam gemacht hat. Ich hatte den Tribut schlicht vergessen. Er ist ein 1x1-Gebäude und produziert alle sieben Tage ein Manuskript. Ihr bekommt ihn aktuell, wenn ihr das Abenteuer Alibaba und der dritte Dieb ohne Eliteeinheiten und Rekruten abschließt. Nun klingt ein Manuskript nicht nach viel und das ist es auch nicht. Ich habe mein Buchbinder-Tribut daher beim Liebesbaum platziert. Kurz vor Ablauf der Produktionsdauer aktiviere ich diesen und aus einem Manuskript wären gleich elf. Mit der prächtigen Freund-Förderung sind es sogar 22. Nun ist es nicht immer leicht, diesen zu timen. Aktuell noch viel weniger, weil man die Restlaufzeit nicht gut sieht. Aber man kann den Buchbinder-Tribut vorher deaktivieren. Die Restlaufzeit läuft weiter und bleibt dann bei etwa 15 Sekunden stehen. Das macht es sogar für vergessliche Menschen wie mich recht einfach. Gebäude deaktivieren, warten bis die Dauer sicher abgelaufen ist, Liebesbaum auf maximaler Stufe aktivieren und dann über 11 oder 22 Manuskripte freuen. Alternativ zur prächtigen Freund-Förderung könnt ihr auch die Förderung Liebestoll nutzen, was für eine kurze Zeit die Produktion von einzelnen Förderungen verdoppelt. Laut einem Facebook-Kommentar gibt es noch bei der Excelsior einen Tauschhändler. Den habe ich aber im Moment nicht gefunden. Wie bereits erwähnt, ist die Liste vermutlich nicht vollständig. Wenn ich von weiteren Möglichkeiten höre und diese evaluieren konnte, werde ich es in die Kommentare schreiben. Und damit bedanke ich mich für euer Interesse bei diesem doch etwas längeren Video. Ich hoffe, es hilft euch ein wenig, dass ihr euch auf kommende Events vorbereiten könnt. Ich freue mich sehr über Likes und Abos, wie jeder andere YouTuber auch, wenn ihr dies wollt. Und natürlich stehe ich euch für Nachfragen gerne zur Verfügung. Bis bald!